Als Sibu Sisu Sisatu zum ersten Mal den Ozean sah, dachte er, es müsse wohl ein sehr großer See sein. Als Kind hatte er das Vieh seiner Familie in der südafrikanischen Provinz Ostkap gehütet, dann zog er in ein Township bei Kapstadt. 20 Jahre später bereitet sich der ehemalige Hütejunge darauf vor, als Skipper den Atlantik zu überqueren. Meine Familie hat bis heute nicht verstanden, was ich da tue. Das Einzige, was sie fragen, ist, verdienst du was? Arbeitest du? Ist das Arbeit? Sag einfach Ja, nenn es Arbeit, aber sag bloß nicht Sport dazu. Segeln schien ein luxuriöser Zeitvertreib für wohlhabende Weiße, eine Welt weit weg vom Leben im Township mit Drogen und Gewalt im Überfluss. Dann lud ihn ein Schulfreund ein, bei einer Regatta mit zu segeln und ihr Boot gewann. Das ist jetzt für die, die nicht geglaubt haben, dass ein Typ wie ich, der vom Land in die Stadt kommt, tatsächlich ein Boot über den Ozean steuern kann. Ich denke, es wird den jungen Leuten da draußen die Augen öffnen. Unterstützung kam von der Akademie des Royal Cape Yacht Club. Man will Jugendlichen aus Randgruppen helfen, im Sport Fuß zu fassen. Es ist die erste Mannschaft der Akademie, die an der Regatta teilnimmt. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr Farbige in den Sport einsteigen werden. Im Moment liegen wir bei vielleicht 5 Prozent oder so. Ich würde gerne mehr Vielfalt in diesem Sport sehen. Am 2. Januar wird seine 35-Fuß-Slope Archangel in See stechen und bei der legendären Cape to Rio Regatta über 6000 Kilometer gegen mehr als ein Dutzend andere Boote aus fünf Ländern antreten.